Hallo, schön, dass du reinschaust. Hast schon lange nichts mehr von mir gehört, jetzt geht es aber wieder los. Nach einer kurzen Auszeit, die ich für mich gebraucht habe, gibt es wieder etwas Neues, einen Mehrwert, vielleicht sogar neue Strategien, habe Neues rausgefunden, Neues rausgetüftelt für euch, natürlich auch für mich, denn mir macht es irrsinnig Spaß. Heute gibt es etwas, am Anschluss dieser Ansage, dieser Erklärung, gibt es etwas von Kurt Tepperwein, den kennst du vielleicht, eine Strategie von ihm, ich habe sie einfach mit meinen Worten umgesetzt, etwas verändert, kleine Neuigkeiten reingebaut und die kannst du dir heute gönnen. Manche schreiben mir auch, wie kann ich dir etwas zurückgeben, wie kann ich dir etwas Gutes tun, da kannst du, ich will keinen Spendenbutton reinbauen, aber du kannst in meinen Shop reinschauen, der Shop heißt stöberl, mit O-E natürlich geschrieben, minus shop.de oder www.hypnoseschule-deutschland.de, beide führen zur gleichen Seite hin. Da kannst du reinschauen und kannst schauen, was gibt es dort alles für wenig Geld. Auch diese Hypnose von Kurt Tepperwein, die Strategie von Kurt Tepperwein, mit meinen Worten, mit meiner Sprache wiedergegeben, etwas verändert, damit ich noch mehr rauskitzeln kann aus dir, zum Verbessern, zum Stärken, ja, die kannst du auch da bestellen, da gibt es vier Versionen für wenig Geld, schau einfach mal rein, shoppe ein bisschen rum, ich glaube unter Neuigkeiten steht es drin, gleich auf der ersten Seite, ansonsten habe ich sie jetzt unterteilt unter verschiedenen Themen, schau einfach mal rein, stöbere rum, sicherlich interessant für dich, aber jetzt will ich nicht mehr lange reden, will ich nicht mehr lange auf die Schulter spannen, hör es einfach an. Ciao. Loslassen, unglücklich sein nach einer Technik von Kurt Tepperwein. Bequem machen, die Augen schließen und dir bewusst machen, wer du wirklich bist. Du kannst alles, was ich jetzt zu dir sage, in der Ich-Form gedanklich nachsprechen und fühlen, wie es sich anfühlt. Du kannst aber auch nur bestimmte, dir wichtige Stellen nachsprechen, ganz wie du willst. Es wirkt wie ein Turbo. Du bist Energie, du bist Geist. Du bist vollkommenes, ewiges Bewusstsein. Du warst schon immer da und wirst immer sein. Dein Körper ist dein Werkzeug. Er dient dir. Er gehorcht dir durch deine Gedanken. Du atmest ganz ruhig, tief und gleichmäßig. Und dabei erlebst du, nicht du atmest, sondern es atmet dich ganz automatisch wie von selbst. Und du spürst ganz bewusst, wie dein Atem, deinen ganzen Körper, der strömt. Du bist eins mit dir und mit deinem Atem. Mit jedem Atemzug durchströmt mehr Liebe deinen Körper. Mit jedem Atemzug durchströmt mehr Frieden deine Seele. Und du fühlst dich ganz wohl, Ruhe und Harmonie mit jedem Atemzug. Du bist erfüllt von Frieden und Harmonie und Ruhe. Mit jedem Atemzug singst du tiefer und tiefer in dich hinein. Ja, wie eine Feder singst du ganz ruhig und gleichmäßig immer tiefer in dich hinein. Du fühlst dich. Du fühlst dich. Du fühlst dich. Und du gibst dich dem einfach hin. Du lässt einfach los. Und die Gedanken ziehen vorüber wie Wolken am Himmel. Du bist eins mit dir. Du bist eins mit dir. Du singst in die Mitte deines wahren Wesens. Ja, du ruhst in dir. Du bist eins mit dir und mit dem Universum. Und du erinnerst dich an einen wunderschönen, magischen Regenbogen. Immer klarer und immer deutlicher kannst du den Regenbogen wahrnehmen. Fühle seine Farben. Fühle seine Farben. Klar und leuchtend. Jetzt richte dein Bewusstsein auf die Farbe Rot. Geh ganz hinein in das Rot und lass es in dir wirken. Du kannst das Rot atmen oder aufsaugen und wirken lassen in dir. Und dabei singst du immer nur noch tiefer und gleitest in die Farbe Orange. Du kannst die Farbe atmen oder aufsaugen und sie fühlen. Du lässt die Farbe in dir wirken. Du singst jetzt immer nur noch tiefer und tiefer und gleitest dabei wie von selbst in die Farbe Gelb. Alles ist gelb. Du kannst die Farbe wahrnehmen. Du kannst sie atmen oder aufsaugen. Du bist erfüllt von der Farbe Gelb. Du fühlst die Farbe und das lässt dich noch tiefer sinken. immer nur noch tiefer und tiefer. Und so gleitest du wie von selbst in die Farbe Grün. Alles ist grün. Du kannst die Farbe wahrnehmen. Du kannst sie atmen oder aufsaugen. Und du bist erfüllt von der Farbe. Fühle die Farbe. Fühle die Farbe, denn das lässt dich noch tiefer sinken. Immer nur noch tiefer und tiefer. Und wie von selbst gleitest du in die Farbe Blau. Du fühlst die Farbe. Alles ist blau. Du kannst die Farbe wahrnehmen. Du kannst sie atmen oder aufsaugen. Die Farbe Blau, sie erfüllt dich. Sie lässt dich immer nur noch tiefer und tiefer sinken. Tiefer und tiefer. So wie es dich ganz automatisch atmet, ohne drüber nachzudenken, gleitest du in die Farbe Violett. Alles ist Violett. Du fühlst die Farbe. Du bist erfüllt von der Farbe. Während du immer tiefer in dir ruhst, fragst du dich, wie sich jetzt alles anfühlt. Und sicherlich schon etwas anders als zu Beginn dieser Trance-Reise. Es ist nicht so. Fühle ein wunderbares Wohlgefühl in deinem ganzen Körper und in deiner Seele. Wie von selbst lässt du los. Loslassen, weil es wichtig und richtig ist. Und in dieser Leichtigkeit wird dir dein wahres inneres Wesen bewusst. Und irgendwie, vielleicht ganz intuitiv wird dir bewusst, alles dient, um zu lernen. Ja, alles ist gut. Und du spürst ein wolliges Gefühl in deinem Körper. Du spürst die Ruhe in dir. Du weißt, dein Körper ist dein Werkzeug. Er dient und gehorcht dir. Du steuerst ihn mit deinen Gedanken. Deshalb ist es ganz wichtig, deine Gedanken zu pflegen. Sag jetzt, in der Zeit, wo ich kurz nicht zu dir spreche, was du von deinem Körper willst, was du von ihm dir wünschst. Du erinnerst dich. Du steuerst ihn mit deinen Gedanken. Tu's jetzt. Sehr gut. Ja, dein Körper ist dein Werkzeug. Er dient und gehorcht dir. Und du gibst deinem Körper Liebe. Gebe deinem Körper die Liebe bis in die letzte Zelle hinein. Und du erinnerst dich. Und du erinnerst dich. Gedankenpflege. Denn deine Gedanken steuern deinen Körper und deine Zukunft. Du ziehst das an, was du ausstrahlst und was du denkst. Und so lass jetzt ganz bewusst alles los, eins nach dem anderen. Tu's jetzt. Lasse alles bewusst los, Schritt für Schritt eins nach dem anderen. Amen. 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 Sehr schön. Innere Ruhe, der Frieden in dir, der sich immer mehr und mehr ausbreitet. Und fühle. Zaubere dir doch selbst ein Lächeln auf die Lippen, weil du es kannst. Es ist so einfach, den Mundwinkel nach oben zu ziehen. Tu es jetzt und fühle. Sehr gut. Vielleicht ist heute schon der Tag des Neubeginns. Du genießt den Tag und erlebst ihn im Hier und Jetzt. Und sollte es doch einmal notwendig sein, erinnerst du dich einfach an diese Hypnose und an die Erkenntnis, die du dabei gemacht hast. Hast du dich an einer Stelle schwer getan, dann melde dich einfach bei mir, denn man kann alles lösen. Einde auf dich, deine Persönlichkeit, die Ursache und Blockaden abgestimmte Version wirkt logischerweise viel stärker und noch viel intensiver. Du kannst auch diese Selbsthypnose in MP3-Form in vier Versionen bei mir im Shop für ein paar Euros kaufen. Schau doch einfach einmal rein. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Zu Infos und kostenlosen Beratung schreibe mir einfach eine E-Mail oder eine WhatsApp-Nachricht. Ich wünsche dir einen wunderschönen, erfolgreichen Tag. Dein Herbert Stöberl Und solltest du es noch nicht getan haben, dann kannst du jetzt deine Augen öffnen, dich recken und strecken. Die Hypnose zum Loslassen und Glücklichsein nach Kurt Tepperwein ist hiermit beendet. Untertitelung des ZDF, 2020